Hey, ich bin's, Marco von AuthenticGermanLearning.com. Heute möchte ich mit euch über den ersten Satz reden, den ihr wahrscheinlich gelernt habt auf Deutsch. Und dieser Satz war vielleicht Wie geht es dir? Wie geht es dir? Oder Guten Tag war wahrscheinlich der erste Satz, den ihr gelernt habt. Aber einer der ersten Sätze, bin ich mir sicher, war Wie geht es dir? Und ihr habt gelernt, dass die Antwort auf die Frage ist Mir geht es gut. Aber das ist ja nicht wirklich immer die Antwort auf die Frage. Es geht uns nicht immer gut. Manchmal sind wir auch traurig oder wir fühlen uns niedergeschlagen oder wir fühlen uns frustriert oder wütend oder wir fühlen uns fantastisch. Wir fühlen uns wunderbar. Wir fühlen uns hervorragend. Wir fühlen uns supertoll. Wir fühlen uns geliebt. Wir fühlen uns verstanden. Wir fühlen uns voller Energie. All sowas. Das sind alles die verschiedenen Antworten, die wir auf die Frage geben können. Als Antwort auf die Frage Wie geht es dir? Und ich denke, oft denken wir über diese Frage gar nicht lange genug nach. Wir werden oft gefragt, wie es uns geht und es ist praktisch sehr automatisch, dass wir sagen Gut. Wie geht es dir? Gut. Aber was ich hilfreich für mich gefunden habe und was ihr auch ausprobieren könnt, ist Wenn ihr diese Frage gestellt bekommt oder auch wenn ihr euch selbst die Frage stellt Ich denke, es ist wichtig, sich diese Frage aufzustellen. Dann wartet ein paar Sekunden und überlegt euch wirklich Wie fühle ich mich denn wirklich? Und je mehr man das macht, habe ich herausgefunden für mich, desto glücklicher fühlt man sich. Bei mir ist es so, je öfter ich mich frage, wie fühle ich mich und wirklich rein spüre, wirklich überlege, wie fühle ich mich? desto besser fühle ich mich, desto ausgeglichener fühle ich mich, desto mehr Balance habe ich im Leben und denn ich weiß mehr, was in mir vorgeht. Ich kenne mich selbst viel besser. Und deswegen ist mein Vorschlag für euch das nächste Mal, wenn euch jemand fragt, wie geht es dir? Überlegt eine Sekunde oder zwei oder auch drei und überlegt euch, wie fühle ich mich wirklich? Fühle ich mich wirklich nur gut oder kann ich wirklich auch mir ein Wort ausdenken, was wirklich ein Gefühl beschreibt. Denn gut heißt nicht wirklich etwas, also es ist kein Gefühl. Das heißt, ja, ich bin glücklich oder zufrieden. Aber es beantwortet die Frage, wie fühlst du dich? Diese Frage beantwortet es nicht ganz. Ja, sagt mir, wie es für euch funktioniert, was für euch dabei herausbekommt und was dabei für euch herauskommt, wie eure Erfahrung ist, wenn ihr dies ausprobiert. Und wir sprechen uns morgen. Tschüss!